Ein bisschen Suppe und es wird dir gleich besser gehen. Nicht wahr, Watts? Ja, gut möglich. Es sei denn, irgendetwas anderes bereitet dir momentan Sorgen. Womöglich geht es hier um Cold Snap? Es ist nur... Cold Snap hat meinen Platz im Team eingenommen. Watts? Cold Snap kann deinen Platz nicht einnehmen. Du wirst immer dazu gehören, egal wie groß unser Team sein wird. Wirklich? Ich hab nur das Gefühl, dass ich meinen Freunden gar nicht fehle. Fast so, als ob sie mich ersetzen wollen. Niemand wird im Action Pack ersetzt, weil dort immer ein Platz für neue Helden sein wird. Oh, das Action Pack steckt wohl in Schwierigkeiten. Mein Team braucht mich. Danke, Mr. Enesco. Cold Snap? Heiliger Eisberg! Mein Lieblingsheld ist gekommen, um zu helfen. Wow! Ich bin dein Lieblingsheld? Aber klar! Ich habe sogar meine Eisblitze so geformt, damit sie wie deine Elektroblitze aussehen. Du bist der coolste Held, den ich kenne. Und der einzige Held, der den da aufhalten kann. Ich bin das Ding! Ich bin der Knie!